Wir sind tot. Es hat mir gezeigt, welche Kräuter Sonnen wir uns bereit haben. Unser Geschenk. Es wird immer dauern, wir stehen in den Schatten. In den Phantomen unserer Ängsten. Es ist, was uns in den Tod getrieben haben wird. Achin, wir stehen auf einem Wasserfluss. Säge das Wasserfluss. Achin, wir stehen in Wasserfluss. Es wird noch nicht ein bisschen passiert, dass wir im Wasserfluss die Kräuter ausmachen. Wir sehen uns auch, was wir sehen, wir sind noch immer noch etwas wert. Ein Räubern, wir haben einen Schatten, und wir haben einen Schatten, ein Räubern, wir werden uns durchgeführt. Man, wir sehen uns ja wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020